Die Neuigkeiten sind in erster Linie, dass wie gesagt ich neue Frauen mache. Ich bin gerade sogar morgen Vormittag. Sehr spannend, ich freue mich, die Frau auch kennt, dass wir ein bisschen raus können. Der Maske bitte wieder vor dem Hotel. Bleiben wir auch mal, ja? Ich würde mich aber freuen, wenn wir das nicht brauchen, sondern wenn wir an den Punkten, wo Fragen auftauchen. Aber wie gesagt, der ist nicht blind. Meine Freundin hat den Punk getroffen und vielleicht auch. Ansonsten hat sich... Und deswegen würde ich dich bitten, diesen Stab an deine Nachricht... Das war zu schnell. Dann muss man den Ton wegschneiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Wenn ich eine Zustimmung von 0,1 Prozent gehabt und so sehen, dann kann man es auch besser verstehen. Es war ja zu der Zeit auch eine Organisation von diesem Team. Wir spielen Fußball. Wir kennen das Wort vom Präsidium. Auch gerade in Wiesbaden beim Bundestag wieder neu berufen. Und der hat natürlich seinen Top-Gespan. Kann ich das nicht sagen? Ja, dann verabschieden. Das ist ein Schiedsrichter. Ja. Ja, hab ich doch. Im Handball. Die Schiedsrichter sind nicht wirklich so richtig. Die Situation dafür geht... So, dass du heute hier... Diese Tasse. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.